Ein Auto, 50 Kilo Koks und die große Liebe. Hast du vielleicht Interesse, ein bisschen Kokain zu kaufen? Die neue Komödie mit Nora Tschirner und Elia Sembarek. Bist du dann in der Kokain-GmbH und Kokagi oder? Scheiße, das ist ja echt. Ach ehrlich? Oh mein Gott. Das alles ist nochmal zu groß für dich. Ich weiß, aber ich hab gerade keine Lust, vernünftig zu sein. So, mal, pickst du noch ganz richtig? Weißt du, mit so einer Menge durch die Gegend und wenn wir angehalten werden, dann sagst du, äh, der Türke wusste vorher nicht so, die lassen mich gehen oder wie? Offroad, ab 12. Januar im Kino. Ja, ich weiß, dass du, mit so einer Menge durch die Gegend und die Gegend und die Gegend.